Schönes Arschloch, lecken, das Arschloch, nicht die Pussy. Was macht ihr da? Unterricht. Tolle Lehrer, bringst deinem Sohn falsche Sachen bei. Misha, jetzt ist Schule. Also kann ich nicht in die richtige Schule, die ist ja gleich da vorne. Papa kann ich raus. Wie ist der? Na, musst du jetzt heulen? Wie ist der? Wie ist der? Vielen Dank.